Den zweiten Teil mache ich jetzt meinen Kanal. Ja, servus. Wir machen da gerade einen kleinen Vlog. Fiver-Vlog. Wird das mehr Vlog selber jetzt? Der Freund von mir spielt gerade hinter mir. Fährt nicht auf der Switch. Wir werden jetzt einen Bewerb machen. Ich werde da einen kleinen Vlog machen. Hallo. Mordiger. So. Schön. Benni, was ist überhaupt mit dem? Okay. Später geht es weiter. Es ist wie sehr, wie ein Vlog dieses Kanal. Ja, und inzwischen ein bisschen Zeit. Wir kurz ein Video machen. Wir sehen uns gleich wieder bei der Bewerbsbahn. Also da unsere Bewerbsbahn. Da Schleich. Dann springen wir da über den Wassergraben. Über Türen. Durch den Tunnel durch mache ich jetzt nicht. Dann da drüber. Dann da die zwei Pumpen sind die gerade nicht aufstellen. Und da die Floten. Da Pumpen zum Anfüllen. Da kommt bei der Fahrer so einen klaren Bewerb. Ey, ich renne doch kurz mit. Doch, rennen. Rennen wir kurz. Ich renne doch kurz nach fünf. Okay, schauen wir mal. Los. Los. Wir schauen da kurz her. Los. 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 Ich schwöre, ich habe mir so geweiht, dass keine Angst passiert ist. Vorletzte Szene, ich glaube, ich renne jetzt nur zweimal die Bewerbsbauten entlang bis nach hinten. Das wird die vorletzte Szene. Ich könnte auch gerne bei meinem Freund Menti vorbeischauen. Geiler Kanal, er hat insgesamt zwei Abonnenten. Er muss jetzt, er hat einen Musik. Diegge! Ja, mit Freien ist das dunkel, aber okay. Egal, wir kommen, 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 wir kommen.